Was? Was? Hallo? Achso. Wir müssen knien. Okay, klemmt. Was klemmt denn? Soll ich hier hochhüpfen? Nein, man kann hier nicht hochhüpfen. Weiter geht's. Hm. Ja, das kann doch jetzt nicht gewesen sein, Albert. Oh. Scheinbar doch. Scheinbar doch. Und zwar, war hier drauf, was haben wir hier gefunden? Eine Batterie. Eine Batterie. Was hat denn das jetzt hier gebracht, bitte? Diese Aktion. USS Tartus. Großartig. Wie gesagt, ich bin's nicht müde zu erwähnen. Inszenierung 10 von 10. Du kommst auch da drüben ja nicht mehr hin. Wieso wird's... ... 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 Okay. Huh, okay. Got it. Ich möchte diesen Weg aber nicht wieder zurückhüpfen. Oh, was für ein weirder Shit ist denn das hier? Irgendwie. Ein Tisch. Das ist ein wunderschöner Tisch. Oh, Farben wechseln. Schön. Ist ja nicht schon befremdlich genug. Oh, was ist das? Eine Stöpsel? Eine Glühbirne. Naja, was haben wir erwartet? Huh, na und? Alter. Wart zurück. Nein. 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 Was soll denn das sein? Das ist dann... Das ist dann auch nicht mal ein Schlüsselloch. Äh, äh? Äh, nicht doch, Alter. Nicht doch wieder er. Danke, Dave, Mann. So, und Dave, hast du noch ein paar andere Tipps für mich? Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht gut aus. Oh, das geht nicht gut aus. Oh, okay. Alle klar. Großer Schlüssel. Ein großer Schlüssel. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. So, zäh, wie kniet ihr jetzt hier? So, stecken wir Fragezeichen in Fragezeichen und wir sind an Bord. So, okay. Da sind sie. So. So, schon habe ich Modern Warfare-Flashbacks. Oh, oh Gott. Ich merke gerade, die ganze Zeit habe ich Caps Lock an. Ich gehe mir an, dass ich so schlecht spiele. So, schön hier, schön hier. Ganz, ganz schön hier. Ach. Wir sind schon unterwegs. Schön. Wie schön. Kaputt, kaputt, kaputt. So, da, ach du Schande. Okay, mir, okay. Oh nein. Der Stromausfall. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ah, da. Oh. Oh. Torf, ey. Oh. Oh. Ach du Schande. Oh Gott. Und der arme Kerl hat sich dafür verantwortlich gefühlt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist denn hier los? Wenn du eine Vanille saßt. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, krass, irgendwie. Ach Gott. Oh, ja. Was heißt denn hier Attack, Alter? Nein! Nur 3 Jahre habe ich gefehlt, Alter. Zieh dir doch, Johan. Das war immer ein schönes Verkacken gerade, ey. Also mit der Leuchtpastole war das war nix. Das war immer nix irgendwie. Aber schön, dass er mich jetzt aufhalten wollte. Der Penner. Das heißt, er beginnt mich zu fürchten. Also auf jeden Fall den Progress, den ich hier mache. So. Okay. Ich geh jetzt also hier durch Sumpfotternhausen wieder zurück. Raus? Quasi? Ist das richtig? Ja. Und könnte theoretisch die Brücke runterschießen. Oder wie das hier? Kann ich das jetzt mit der Leuchtpastole? Soll das wirklich? Tatsache. Tatsache. Das ist ja witzig. Letztens. Okay. Interessant! Okay. Tatsache! Tatsache! 색 macht etwas gelernt. So, bitte lasst mich jetzt nicht wieder jetzt mit irgendwelchen Gegnern hier voll geballert werden. Ich hoffe, ich habe die Körner noch mal. Ah, danke. Okay, jetzt sind also noch mehrere da. Da muss noch einer. So. So, dann hat es mal Zeit jetzt hier die Brücke einzureißen. Okay, toller Effekt, toller Effekt. Was ich immer noch komisch finde, bin ich bis jetzt nicht hier reingekommen. Ich würde es jetzt einfach mal so probieren. Versteht das nicht? Was soll das sein? Die Schabe zeigt mir an. Hier ist irgendwas im Wasser, was ich hochholen kann. Und die macht einen Knick hier vorne hin. Wird wie hoch. Oh, guck mal hinten. Hier, Schweine. Oh, nein. Nein, Alter. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, Gott. Das habe ich da nie. Ich kann nur da. Oh. Oh, ist es mies. Ist es mies. Oh. Oh, ihr fiesen Schweine, Alter. Das ist ja nun wirklich. Das ist doch. Das ist doch wirklich hinterhältig. Mann, 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 Mann. Ja, Achtze sind übrig. Ich glaube, hier werde ich definitiv nicht alle finden. Dieser Arsch. Dieser Arsch. Ne, guck mal hier. Die Milton Werft. Na toll. Sieht auch alles wirklich sehr, sehr einladend aus. Sehr, sehr einladend. Ganz, ganz schau. lassen. DieSteve. Ne, guck mal hier. Sieht auch sehr, 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 sehr. Ich spiele die Kreative. Die Kreative. Das ist... ... ... ... ... Ja, ich sage mal tockensprung, werde ich wohl nicht schaffen. Äh. Da war es scheinbar Musik. Nicht mehr viel Munition. Na gut, dass ich den ich nicht schafte habe, den Sprung. Kranschlüssel. Okay, cool. Wenigstens etwas. Ein Kranschlüssel. So, ich würde gerne ein bisschen mich aufmunitionieren oder irgendetwas in diese Richtung. In diese Richtung. So, weil ich Munition sparen muss. Halt mal so. Was für eine Farce. So, kann ich denn hier noch irgendetwas finden? So, hier komme ich noch rein. Das sind mir immer die liebsten Türen. Ja, schön, dass das alles da immer auf der anderen Seite liegt. Genau. So, hier drüben sieht das aus, als wenn gleich wieder ein netter Pfannkuchen von nebenan ankommt. Allein steigst du nicht dahinter, also übernehme ich das Denken für dich. Wenn du über den Zaun und aus der Werft raus willst, musst du hoch hinaus. Was? Tja. Das ist wahrscheinlich klar. Wir müssen. Auf den Gassway leads to the top of the... Oh, fits perfectly. Shit. Ja, die sind natürlich echt uncool irgendwie. Alter, stirb doch qualvoll. Was ist denn los mit dir? Das sind auch Munition. Das ist viel wichtiger. Fünf Schuss, Alter. Fünf Schuss. Come on. Batterie. Hm. Nein, 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 nein. Hier ist ein Lärm. Tja, scheinbar. I have to climb up the crane. Naja, hallo. Da schau ich hier bei euch. Ja. Danke. mal schau. Schööööö. Ricky, mach halblang. Mach halblang. Soll ich wirklich all diesen Chemiescheiß ein bisschen Lagerhaus Dach schaffen? Oh Gott, so lesen ist Katastrophe heute Eigentlich sollte ich nicht mehr vorlesen Aber ich muss es konstant jetzt halten Und konsistent Rikki, mach halblank Soll ich wirklich all diesen Chemie-Scheiß Auf das Lager aufs Dach schaffen? Wozu zum Teufel? Ich brauche eine ganze Stunde Um nur diesen ersten Paar aufs Dach zu schaffen Was ist das für ein Scheißjob? Ich dachte, ich soll alles In den Steinbruch geliefert Es soll alles in den Steinbruch geliefert werden Von Mike Ja 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 Und nun Ich möchte Kran fahren Ich kann nicht Kran fahren Gut Was haben wir denn jetzt hier gerissen? Du gehst nur irgendwo hin Na toll Na schau Na ganz, ganz schau Super Nicht dein Ernst Oh Muss ich jetzt hier ballern? Ich baller jetzt ja einfach mal Uuuhh, vergackt Boom Wer? Wo? Wie? Nein Nein, Mann, Alter Ist doch nicht dein Ernst Ne, ich möchte schon runterkommen Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Hier ist nirgendwo Licht, Alter Ist da nicht Mann Ja Käse, ne? Ist ja immer Käse Oder oder? Wow Na, steh nicht hin. Oh, nicht jetzt. Der hakelt hier ganz schön an diesem Kran. Überlege nämlich noch, ob ich da hinten noch hinkomme. Und es sieht ganz gut aus. Weil das, was da oben drauf lag, das ist bestimmt was Tolles. Das will ich nicht. So, aber panische Dranrummelhüpfe bringt es nicht. Ja, ja, ja. Jawoll. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ausdauer ist jetzt auf zwei. Sehr geil. Nein, nein, nein. Das wäre die Scheiße mit dem Licht. Mit Schlammi. Kann ich das noch nehmen? Nein, das ist voll. Schauen wir mal, ob wir den treffen. Fast. Schade. Na ja, ein bisschen Spaß muss man sich schon machen hier. Ist ja sonst nicht so schön hier. Oh, nee, Alter, nein. Nein. Oh, bitte nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht einfach rinspringen. Ich bin doch tot. Das macht doch Damage. Der will wirklich hier rinspringen oder was, wa? Womit du springst? Bitte. Bitte. Schade. Hier. Dran, dran, dran. Geh weg! Geh weg, Mann! Geh weg! Schön, dass ich hier nicht durchkomme, wunderbar! Dankeschön! Das ist aber lieb von dir! Schön, wir können aber gar nicht fahren, aber wie geil ist das denn hier? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Munitionieren. Knusper, knusper, knusper. Wo ist der jetzt hier wirklich drin rum? Das ist ja heftig. So, löse die Bremsen vom Brückenkran. Okay. 30 Minuten. Echte Zeit da. An Mike von Rick. Mike, wenn du die Bremse des Brückenkrans neu starten musst, hast du drei Sicherungen. Lägt mich dafür. Du findest welche in der Garage und im hinteren linken Lager schuppen. Wenn du immer noch welche brauchst, kannst du eine am Generator klauen. Wenn du diesen nicht im Einsatz ist. Diese miesen Kerle müssen uns einfach mehr Messer zu kaufen. Okay. Toll. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht?